Waren die Geschichten eben zu hart? Wenn ja, dann brauchen wir mehr Entspannung. Ja, das ist sozusagen unsere Messlatte. Nicht zu verwechseln mit der Morgenlatte. Alte Art, Gussi, straf dich. Was hast denn du, Digga? Aber immer, wenn ich morgens aufstehe und hier runter renne, da treffe ich immer die Latte mit dem Ball. Ja, und ich nenne das Morgenlatte. Alter Art, Gott verzeihe mir, weil mein Herz traurig ist, obwohl du mir so einen wunderbaren Tag schenkst. Bin ich mit nichts zufriedenzustellen? Frag ich mich. Ich denke an die Einsamkeit danach. Ist es das vielleicht? Momo meldet sich. Mein Back ist in der Kirche. Die McDonalds-Revolution läuft. Hahaha. Es juckt mich nicht. Hahaha. Widi lebt wieder. Momo und Tobi kommen dazu. New Era Eric mit Nase Goring. Tritt in die Gang ein. Hahaha. Gussi ist ein Alien. Alien. Gussi ist ein Alien. Schreibt. Momo. Und es gab ein Festessen. Gussi. Und. Und. Gussi und. Widi. Widi. Biefen sich abnormal hart. Hahaha. Gussi. Gussi wird an die Wand geklatscht. Hahaha. Und. Gussi. 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 Uhm? Mhm. Ich habe Thomas. Ich habe sie in den Moment. Ich habe seinen Leid. Ja. Oh, meiner Frau. Digo. Aber du musst besser schreiben, Alter. Das kann man kaum lesen, Digga. Das sind ja Chereoglyphen, was du da kriegelst. Also Guzzi ist ein Alien. Und es gab ein Festessen heute. Widi und Guzzi biffen sich abnormal hart. Gleich kommen alle Mädels wegen Widi. Hahaha. Guzzi wird an die Wand geklatscht. Das Pfeif-Konzert findet bei Asti statt. Hahaha. Halt du hart. Das Pfeif-Konzert. Das Pfeif-Konzert.